Papu heute nicht er selbst. Papu vielleicht nicht genug gefrühstückt. Hm, du fahren schnell für so klein. Hier, Schlüssel als Hilfe. Oxide ist ein viel größeres Problem für dich. Eher nicht so groß, aber eher viel, viel böser. Ja, ich könnte meine Fahrkünste ein bisschen verbessern, also halt ein bisschen mehr auftümen. Schon ganz cool. Schon die dritte Welt. Alter, wie hoch bin ich denn? So, gehen wir jetzt in die dritte Welt, würde ich mal sagen. Ja, machen wir auch. Schauen wir uns mal die nächste Strecken an. Blizzard Bluff. Rakete abgewehrt. Währe eine Verfolgungsrakete ab, indem du einen Brecher oder eine TNT-Kiste fallen lässt, kurz bevor die Rakete dich trifft. Alles klar. Das ist ja auch einfach. Also, zwei Welten haben wir noch vor uns. Die ich vielleicht nicht heute mehr mache, nee. Und, let's go! Suck! Suck! Nein, ice! Und, ich hänge immer da fest. Unglaublich. Unglaublich, aber auch wahr. Und, ich hänge immer da fest. Unglaublich. Unglaublich, aber auch wahr. War hier nicht auch eine Abkürzung? Das ist recht schwer. Ich hab' ein Neustart. Ich hab' ein Neustart. Oh, neustart. Ich hab' ein Neustart. Ich hab' ein Neustart. Die Welt scheint nämlich nicht so leicht zu machen. Ich hab' ein Neustart. Das war so klar. Echt? Diese kleinen Raketen-Spackos. Nein, das machen wir noch mal. Das war einfach nur dumm. Und zack. Diese scheiß Kugel! Yay! Yay! Oh, klar. Komm. Nee, das ist kein Sinn. Es ist wieder so dumm. Warum echt? Warum immer echt? Echt? Nee, auf keinen Fall so. Mann, Mann, Mann. Aber ich wusste, dass es nicht leicht wird, das Spiel. Das ist so krass. Warum, ey? Warum? Unfairer geht es aber kaum. Das sind doch echt schon Abwasser... Abwasser-Rank-Ausnahmen. Nee, Ausmaße, meinte ich. Wuhu! 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 Das ist so... Es ist so nicht wahr. Ach ja. Neuer Versuch! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Wie schlecht war das? Ne, auf keinen Fall so! Nein, nein, nein! Das ist so erbärmlich! Einfach nur erbärmlich! Ne, nein! Das ist so erbärmlich! Einfach nur erbärmlich! Oh! 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 Das ist einfach nur noch Erwerbnis. Das ist einfach nur noch Erwerbnis. Das ist einfach nur noch Erwerbnis. Hey, sowas von hinterhältig. Habt ihr das gesehen? Wow. Nee, ist klar, Alter. Ich wollte echt erst erwähnen, was macht der? Vorm Ziel noch so eine Drecksrakete abfeuern. Wow. Dafür kann ich ihn echt einfach nur Köpfe vor Wut so. Weiß, ich mecke heute viel rum, aber es ist einfach nur nervig. Ja, ja. Komm, komm, komm. Dankeschön. Endlich. Dumme Strecke. Boah, Alter. Wie kann man eine Koch-Mutze aufhören? Und jetzt seh ich das auch erst. Krass. Herzlichen Glückwunsch. Du bekommst deine Trophäe. So, hier. Ja, hier.